Mein Name ist Jörg Ratzung. Ich bin als VP Sales & Operations für den Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz und den ganzen Osten. Wenn man sich Quadient anschaut, von seiner Facette her sieht es zunächst mal aus wie ein typisches Software-Unternehmen, wie es viele im Markt gibt. Wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, dann erkennt man, dass Quadient Kulturen eines Start-ups, einer entscheidungsfreudigen Macher-Mentalität, vereint mit Strukturen, Prozessen eines operativ funktionierenden Konzerns. Idealer Kandidat muss in sich vereint haben, zum einen die Disziplin, die Akzeptanz von gewissen Abläufen und Prozessen, aber auch gleichzeitig den Mut und die Eigenschaft, Dinge auch zu versuchen, Fehler zu machen, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, ohne alles dreimal abzusichern. Wie verhält sich mein Management, wenn der Laden nicht gut läuft, wenn Probleme auftreten. Daran erkennt man die Kultur, die Person, das Führungsverhalten am besten. Und ich würde mich so beschreiben, ich bin typisch deutsch, sehr direkt, sehr offen, sehr fordernd und absolut unpolitisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017